Das Hotel Diepe liegt in Paris in Paris Region. Das Hotel Diepe ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die drei Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,1 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig da nur drei Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat laut den Gästen die beste Lage. Sie vergeben für den ausgezeichneten Standort und den damit verbundenen Erholungsfaktor 5,8 von 6 Sonnen. Zimmer, Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon, das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,3 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5 von 6 Sonnen. Service 5 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Gastronomie Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,3 von 6 Sonnen als gut bewertet. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.